Frau Meier ist unterwegs und plötzlich passiert es. Es ist ihr ein anderes Auto aufgefahren. Oh nein, oh nein, was soll ich denn jetzt tun? Ein Nachweis über den Schaden muss her. Da kommt das KST-Kfz-Sachverständigenteam aus Hamburg ins Spiel. Frau Meier ist begeistert von dem exzellenten Rundum-Service zur Unfallschadenkalkulation und erteilt Ihnen den Auftrag. Das Team von KST ermittelt daraufhin schnell und akribisch die Schäden am Auto sowie deren Gesamthöhe und erstellt ein entsprechendes Gutachten. Nach der Gutachtenerstellung wird Frau Meier sogar bei der ganzen bürokratischen Abwicklung kompetent vom KST-Team unterstützt. Ach, das ist ja fantastisch! Endlich kann ich wieder sorglos Auto fahren! Auch bei Gutachtenaufträgen für Motorräder sind Sie bei dem KST-Kfz-Sachverständigenteam richtig.